Servus aus der Oberpfalz, aus der Winterwald um die Weier. Ich schau mich gerade um bei dem Weiergebiet, weil ich ein Jahr um ein Land reden, was es so nice gibt. Was für Vogel, das man sieht. Und letztendlich, was es so tut, weil der Bibel heiß ist, weil der Bibel nicht ist. Und check die Lage. Es ist eisgekalt. Geistert ja das alle umeinander in den Medien jetzt das mit den Messengern. Also, dass jetzt WhatsApp irgendwelche Sachen ändern und wenn man das nicht will, ist man draußen und das wäre ja auch was anderes gut. Aber ich sag dir mal eins, ich habe auch den WhatsApp. Aber das ist ein Scheiß. Also, ich bin schon lange auf Telegram gewechselt, weil ich das besser finde. Also, es ist ja im Endeffekt, egal was du für Messenger hast, immer dasselbe. Du kannst dich halt mit anderen allein austauschen. Gibt es ja ein Signal oder den Facebook Messenger und vielleicht noch andere, weil ich gar nicht kenne oder du auch noch nicht gehört hast. Aber die Neuerung oder das Bessere, was ich halt an Telegram besser finde, ist, dass du halt einfach so coole Emojis hast, weil sie bewegen und so. Ja, das ist cool. Genau. Jetzt werde ich mir doch mal was zeigen, an dem Weiher, was so richtig fett ist, hey. Ja, das ist cool, hey. Hinter mir ist das. Also, das Eis tragt bei Weitem noch nicht, auch wenn es halt kalt ist. Und darum kann ich jetzt auch nicht in den Pfällen noch saufig essen. Und was ich schon mal in einem anderen Flock erwähnt habe, ist, dass halt einfach die Schneidecken, weil der Eisdecken halt voll schnell ist und so. Da siehst du halt das blanke Eis nicht. Und da ist dasselbe. Das ist quasi so Kraupel, Kraupel auf dem Eis. Ja, und das ist, das Loch ist super. Also ja, geil, hey. Einfach fett. Und so Kleinigkeiten, das halt einfach siehst und halt beachten muss, wenn du halt hier raus bist. Denkt dir nichts, dass die Kamera wackelt, weil ich halt die mit einer Hände auch beim Filmen, weil das ist echt eine klirrende Kälte. Und ich habe so Arschloch-Handschei. Also, ich werde aber beneidert, dass ich halt zum Fotografieren so Handschei habe, weil man das so aufklappen kann. Ja, aber die hören scheisterig warm. Also, die hören windabbeißend, ja. Aber die hören einfach nicht gut. Ich brauche mal andere Handschei. Gibt's ja jetzt den neuesten Scheiß, gell. So virtuelle Wanderungen. Das ist jetzt sau modern oder, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt letztens ein Spiel gekriegt. Ja, kannst halt. Also, Kurzfassung. Du kannst im Endeffekt zum Himalaya gehen. Oder irgendwo anders hin. So virtuell halt mit dem Handy. Da wird das dann so mitprotokolliert. Wie viele Kilometer du zurücklegst, siehst du irgendwo auf deiner Karte dann, weil du jetzt in der Theorie bist halt. Und, naja, wenn du das halt dann gemacht hast, dann kriegst du dann sogar eine Medaille. Die kommt dann bei der Post halt. Das schaut voll cool aus. Ich will das mal ausprobieren. Ich wollte mich da gestern schon mal anmelden, dass ich das sehe und das funzt, weil wir den voll gut haben. Gehe ich da 20 Mal um die Weih und dann kriege ich da so eine Medaille. Ja, da berichte ich dann mal in meinem Blog darüber. Ja, genau. Ja, nochmal kurz zurück zum Messenger. Also, ich bin über jeden Messenger zu erreichen. Ja, quasi den Facebook Messenger, dann WhatsApp, Telegram, Signal und halt auch ein Messenger. Ja, mein Telefon ist im Impressum. Also, falls du von mir schein bist, kannst du mich gerne in dein Messenger hinzufügen. Ja, ich war aufs kein Problem. Und noch eine andere Änderung gibt es. Und zwar, ich würde das jetzt nicht mehr so schneiden, weil ich das abgeschneiden habe. Mit so schnellen Katzen und so. Ja, weil, ehrlich gesagt, ich habe so viel Zeit zum Berichten der Rasse in der freier Natur. Ich habe einfach nicht die Zeit, dass ich mich dann eine Stunde hinjacke und die ganzen Katzen mache. Ja. Also, es gibt natürlich so Katz-Szenen, aber halt nicht mehr so häufig und nicht mehr so viel wie die letzten Male. Da habe ich gerade die Musi nicht. Kann sein, dass ich das vielleicht dann wieder habe. Aber aktuell gibt es einen neuen Punk quasi. Ja, ist das halt auch ein anderes. Da ist auch etwas über die Neue gegangen. Halt voll cool. Irgendwas leichtes halt. Google doch mal im Internet. Google. Halt kennst du doch. Super Suchmaschinen. Gibt es halt auch Tierspuren. Genau. Ja. Und dann kannst du das mal anschauen. Den Unterschied zwischen Wolf und Hund. Der ist ganz deutlich. Ja. Und vor allen Dingen kannst du halt auch andere Tierspuren sehen. Ja, da gibt es halt so Grafiken, weißt. Mit so Dingen, die kannst du ausdrucken. Und dann nimmst du es wieder raus und schaust einmal, was du da so findest. Ja. Halt. Ja, was findest du bei uns? Wilsau, Haseree, Dachsspuren sind cool. Dachsspuren sind so richtig cool. Die hat so kleine Pfortschäle. Und dann. Also, das ist super. Ja. Aber wie gesagt, mich halt interessiert das auch mal der Wolf. Wer der ist und so. Also, ich weiß schon, wer ist. Meistens ist es halt nicht da. Aber das wäre mal cool, wenn ich da so Wolfsspuren finde. Ja, meistens ist es halt Hund. So. Aber wie gesagt, den Unterschied erkennst du ganz deutlich. Jetzt musst du da mal schauen. Das ist halt echt was, weißt. So Tierspuren zum Beobachten oder zum Findern. Halt auch für Kinder was. Und das kannst du halt letztendlich machen. Ja, das seid cool. Weißt du halt jetzt bloß siehst. Ja, so als Tipp. Und ich höre jetzt wieder auf zum Labern. Schau mal dann um. Wenn du etwas Interessantes siehst, dann siehst du das schon. Weil ich würde das nicht so lange machen, weißt du. Das taugt nichts. Ja. Ich wollte einen kurzen Einblick halt. Passt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Gute Nacht, wenn immer du halt da schaust. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.